Okay, ich bin bereit. Entschuldigen Sie. Wissen Sie, wo die Menüabteilung ist? Äh... Die Menüabteilung? Ganz einfach. Sie müssen hier längs. Oh. Der heilige Bies, was ist denn? So was? Hey, bräuchte ein Blitzlicht. Ah, Patrick. Moment, ich bin gleich fertig. Was ist denn das? Ja, ja. Ja, endlich jemand, der würdig ist, eines Gottes Burger-Brater zu sein. Wer hat den Pfannenwender vom Bratfett befreit? Ähm, das war ich, Mr. Neptune, Sir. Spongebob-Schwammkopf. So, du kleiner Schwamm. Du glaubst also, dass du in der Lage wärst, mein Koch zu sein? Ich werde dir beweisen, wie sehr du dich irrst. Denn eine knallharte Prüfung sei dir auferlegt. Na, dann mal zu. Spongebob schafft das doch mit links. Du wirst gegen mich antreten, in einem ultimativen Koch-Duell. Ich nehme die Herausforderung an, wenn sie meinen Freund heile machen. Na gut, die erste Runde. Ich werde ihn wiederherstellen. Spongebob? Wo bist du? Spongebob? Oh, da bist du ja. Wie geht's dir? Wunderbar. Sag mal, bist du gewachsen? Meine Damen und Herren, willkommen zum ultimativen Koch-Duell. Also gut, der erste der 1000 Burger hat gewinnt. Gebt euch die Hand. Gebt euch. TJa. Ah-ha-ha-ha-ha! Aha! Es war einmal... Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Perfekt! Gewonnen, ja! Yubi-dubi-du! Ja! Du hast verloren! Nehmt, Freunde! Burger umsonst für alle! Ja! Lecker! Ihr fischigen Narren, habt ihr denn gar keinen Geschmack? Was ist denn an diesen delikaten Burgern auszusetzen? Na dann, probier doch mal! Nicht feige sein! Christian, fäng doch selbst! Na los, happer, happer! Gut, ich geb's zu, sie schmecken nicht! Aber glaubt ihr wirklich, dass seiner besser ist? Los, gib her! Mh! 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 Also, das schmeckt so lecker! Ich bin fast verleitet, es gleich noch mal zu probieren! Ja, was sagen Sie jetzt? Dein Burger ist der bessere. Und daher erkläre ich dich Spongebob Schwammkopf zum Gewinner. Du bist von jetzt an ein Gott. Und Ende. Da haben wir wohl ein Problem. Moment, Neptun. Ich habe eine andere Idee. Guten Morgen, Graben Crew. Hallo, Patrick. Was darf's denn sein? Kleinen Moment, bitte. Dieser verfluchte Herd hat mir den Finger verbrannt. Spüre den Zorn der Götterherd. Was hab ich dir über den Einsatz von Zauberei gesagt, Lehrling? Die besten Burger macht man mit Liebe, nicht mit Magie.